Herr Prorektor, spektabel ist, meine Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, heute hier vortragen zu dürfen. Gauss ist sicherlich der eigentliche Begründer der Differenzialgeometrie und zwar mit zwei Arbeiten, nämlich mit der Preisschrift, über die ich heute vortragen möchte und mit der berühmten Arbeit Disquisitionis Generalis, zu deutscher allgemeine Abhandlung über gekrümmte Flächen. Diese Arbeit ist aus dem Jahr 1825, die andere aus dem Jahr 1828. Und bis auf eine Arbeit über biquadratische Reste sind das die beiden einzigen Arbeiten mathematischer Art, die Gauss in der Dekade zwischen 1820 und 1830 geschrieben hat. Denn in dieser Zeit war er vornehmlich, neben astronomischen Untersuchungen, beschäftigt mit der Vermessung des Königreichs Hannover. Und aus diesen Untersuchungen sind die beiden Differenzialgeometrischen Arbeiten entstanden. Sein Freund Bessel hat sich ziemlich ärgerlich darüber geäußert, dass Gauss zehn Jahre seines Lebens mit so subalternen Arbeiten wie Vermessungen zugebracht hat. Aber Gauss hat das abgewehrt und war mit seinen Früchten, die er erzielt hat, ganz zufrieden. Nun, die Preisschrift von 1825 trägt den Titel Allgemeine Auflösung der Aufgabe, die Teile einer gegebenen Fläche auf einer anderen gegebenen Fläche so abzubilden, dass die Abbildung dem Abgebildeten in den kleinsten Teilen ähnlich wird. Das ist, wir sind immer das gewöhnt, das in den Akkusativ zu setzen, statt in den Dativ. Also wir bilden nicht auf etwas ab, wir bilden in einer Richtung etwas ab und schauen nicht, wo es abgebildet wird. Und für die Abbildung sagen wir lieber das Bild und das Abgebildete. Und am Fuße seines Titels hat Gauss die Bemerkung angefügt, von hier geht es zu höheren Dingen. Und diese Schrift von 1825 ist in den von Schumacher herausgegebenen astronomischen Abhandlungen erschienen. Die astronomischen Abhandlungen wurden von Schumacher in Altona herausgegeben, wo eine große Sternwarte war und Schumacher war der Direktor der Sternwarte vom König von Dänemark eingesetzt. Zur damaligen Zeit gehörte ganz Schleswig-Holstein bis Jütland zum Königreich Dänemark und erst nach der Schlacht von Königskretz haben die Preußen Schleswig-Holstein eingesackt. Schumacher war vom dänischen König eigens mit der Vermessung von ganz Schleswig-Holstein bis nach Jütland, bis nach Skagen an die Nordspitze hinauf beauftragt. Und er war Schüler von Gauss sowie eine ganze Reihe anderer berühmter Astronomen. Und er hat Gauss dazu bewogen, seinerseits die Vermessung von Hannover vorzunehmen und hat es auch durchgesetzt, dass Gauss diesen Auftrag bekommen hat. Und es scheint, dass Gauss selbst die Preisaufgabe vorgeschlagen hat. Er ist vom Schumacher beauftragt worden. Man kann also annehmen, dass Schumacher ihm etwas Gutes tun wollte und er ist von Schumacher beauftragt worden, wohl 1821 schon, wenn ich das... Nein, 1820 muss es schon gewesen sein, dass er diese Sache einschickt, das Thema einschickt. Die erste Nachricht, die ich in Schumachers Briefwechsel mit Gauss gefunden habe, ist vom 11. Januar 1821 und da teilt Schumacher Gauss mit, die Preisaufgabe, das Thema sei nun publiziert und er hoffe doch, dass Gauss sich auch beteiligt werde daran und endet damit, dass er schreibt in dem Brief Unsere Hoffnung ist jetzt auf Sie gerichtet, mein vielverehrter Freund. Der Termin ist bis Ende des Jahres, der Preis eine Medaille von 50 Dukaden wert. Es scheint aber, dass Gauss sich gar nicht damit beschäftigt hat, weil er so zugange war mit seinen Vermessungen und zwei Jahre später hat er sich noch beklagt, dass ihm gar keine Zeit bliebe, all seine Arbeit ginge in die geodätischen Vermessungen und Schumacher fragt besorgt an, ob man denn nicht vielleicht den Termin hinausschieben sollte. Kurz und gut, die Verschiebung ist auch geschehen, Gauss muss schließlich eine Arbeit abgeliefert haben, wenn auch nur kurz und knapp und Mitte 1823 bekam er die Mitteilung von der dänischen Sozietät, also der Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen, dass ihm der Preis zuerteilt worden sei. Und dann hat es noch ein ganzes Weichen gedauert, bis die Sache publiziert wurde. Er hat auch gar keine Korrekturen gelesen, das musste alles Schumacher machen und ein Kollege und gelegentlich waren dann also Schreibfehler. Schumacher fragte an und Gauss antwortete, er solle nur dreist alle Schreibfehler korrigieren. Und schließlich 1825 ist die Arbeit dann erschienen. Und nun, was hat Gauss in dieser Preisschrift angestellt? Es ist nicht ganz leicht, das zu beschreiben, was er gemacht hat. Deshalb möchte ich erst damit beginnen, die Sache in moderner Terminologie auseinanderzusetzen. Also betrachten wir ein Flächenstück im dreidimensionalen Raum und auf dem Flächenstück, das nehme ich als reell analytisch an, hat also ein reguläres Flächenstück mit einer reell analytischen Darstellung. Da habe ich ein Linienelement, ds², auf dem Flächenstück und wenn ich also um einen Punkt herum lokale Koordinaten einführe, die sind also hier unten in einem x1, x2 Raum gegeben, da ist also das Linienelement von der Form ds², gjk von x, x steht für x1, x2, dxj, dxk, Summation über doppelt auftretende Indizes von 1 bis 2 und das ist eine symmetrische, positiv definierte Matrix und reell analytisch. Und was Gauss unternimmt, ist das Folgende, er sucht eine Abbildung, sagen wir in der UV-Ebene, vom Einheitskreis auf dieses Stück, wo die Metrik gegeben ist, derart, dass die zurückgeholte Metrik gerade proportional ist zur euclidischen Metrik, also dU² plus dV², Lambda, Funktion von U und V, Lambda positiv. Das ist die Aufgabe und man kann sagen, so ungefähr mit einigen gnädigen draufblicken, dass Gauss das gelöst hat. Und bevor ich nun darauf eingehe, wie Gauss wirklich vorgegangen ist, möchte ich einen allgemeineren Satz aufschreiben, so wie man das Resultat möglichst in einer optimalen Form heute beschreiben würde. Also betrachten wir den Einheitskreis in der UV-Ebene und betrachten wir eine geschlossene Jordan-Kurve, Gamma im R2, deren Innengebiet Omega ist. Hier ist B und ich nehme die Kurve als regulär an und genügend differenzierbar. die Voraussetzung ist, dass die Kurve lokale Darstellung hat von der Klasse C M Alpha. Alpha eine natürliche Zahl, größer gleich 1 und Alpha zwischen 0 und 1. Das soll also heißen, lokale Darstellung der Kurve geschieht mit M mal stetig differenzierbaren Funktionen und die M-Ten-Ableitung sind noch hölderstetig mit einem Exponenten zwischen 0 und 1. Das spielt eine wichtige Rolle, sobald man es mit partiellen Differenzialgleichungen zu tun hat, darf man nie 0 oder 1 wählen, man muss immer einen Index zwischendrin wählen, sonst bricht alles zusammen. Und dann wünscht man sich, einen Diffiomorphismus zu finden. von Tau von dem Abschluss von B auf den Abschluss von Omega sodass diese Bedingung hier, die ich hier hinschreibe, dass diese Bedingung gilt und natürlich muss ich noch etwas über die Metrik voraussetzen. Hier bei Gauss ist sie real analytisch. Die Voraussetzung, die ich hier zu machen habe, ist, ist, dass die GJK von der Klasse CM-1, Sie sehen, wenn man hier die Metrik bildet, differenziert man einmal, deshalb verliert man eine Ableitung, CM-1 Alpha ist auf dem Abschluss von Omega und natürlich kann ich das gleich auf den ganzen zweidimensionalen Rauben ausdehnen, weit draußen kann ich die Metrik als Euclidig annehmen. Also eine Abbildung von hier hierauf, eine Abbildung, die diese Eigenschaft erfüllt, also eine konforme Abbildung. Den Namen konform hat auch Gauss eingeführt, aber nicht in der genannten Preisschrift, sondern 20 Jahre später in zwei geodätischen Abhandlungen, die auf dieser Preisschrift basieren. Und dann möchte ich Ihnen gerne sagen wir einen neueren Beweis dieses Satzes geben. Bevor ich aber dazu komme, lassen Sie mich also jetzt, nachdem ich beschrieben habe, was ich glaube oder was wir glauben, was Gauss gemacht hat, was er denn nun tatsächlich getan hat. Also Gauss geht von zwei Flächenstücken aus und auf dem einen Flächenstück hat er eine Metrik und auf dem anderen Flächenstück eine andere Metrik, Groß ds Quadrat und jetzt ist die Aufgabe die, das ähnlich hierauf abzubilden. Ähnlich aber nicht im Großen, sondern nur im kleinsten Teil. Das heißt also, man kann das Ganze nur auf dem Tangentialraum betrachten und also wenn man infinitesimal kleine Dreiecke hernimmt, hierauf und die auf infinitesimal kleine Dreiecke hier abbildet, dann sollen die ähnlich sein. Wie immer man das Dreieck wählt und dann kommt Gauss zu der Schlussfolgerung, wenn das der Fall ist, dann muss der Quotient eine Konstante sein. Daraus folgt dann schon sofort die Winkeltreue. Das Beweis sagt aber dazu, das hätte man auch gar nicht beweisen brauchen, das wäre ohnehin klar. Und das ist also eine Konstante, die natürlich von Punkt zu Punkt verschieden sein kann, aber unabhängig ist von den verschiedenen Richtungen. Er schreibt das in dieser Form, um auszudrücken, dass hier eine positive Zahl steht. Nun, nachdem er diese Aufgabe gelöst hat, fragt er sich, das ist der erste Schritt, nun fragt er sich, wie gewinne ich eine solche konforme Abbildung? Und da beschied etwas, worüber er überhaupt kein Wort verliert, warum er das macht und wieso das funktioniert. Er gibt überhaupt keinen Literatur Hinweis, nichts auf die alten Griechen, Ptolemaeus oder Mercator, kein Hinweis auf die großen Arbeiten von Lambert, Euler, La Crange, nebenbei gesagt, früher konnte man ganz billig in Ostwaldsklassikern diese schönen klassischen Arbeiten kaufen, das ist Band Nummer 55 und da ist die Arbeit von La Crange drin und Gaussens Preisschrift kostete früher eine Mark. Was es jetzt kostet, weiß ich nicht. Es ist schon einige Zeit her, dass ich es gekauft habe. Ja, also, was macht Gauss? In unserer modernen Formulierung würden wir sagen, er versucht, jedes Flächenstück, in in also jedes Linienelement edu² plus 2f du dv plus g dv² und entsprechend das Flächenstück hier darauf das Linienelement edu², erdenkt sie sich beide auf die gleichen Parameter bezogen. Das sind also die gaussischen Symbole g11, g22 und g12 plus gdv². Die möchte er also gern schreiben in der Form, ich benutze jetzt hier Gaussens Schreibweise, Lambda dp² plus dq² und hier Groß Lambda dp² plus dq² und er versucht, das also herauszubekommen und zwar macht er es mit der Methode der Charakteristiken. Mit anderen Worten, er spaltet diese quadratische Form in zwei Linearfaktoren auf, die beiden Linearfaktoren sind aber komplex und dann macht er das, was man, wenn man hyperbolische Differenzialgleichungen macht, dann hat man reelle Charakteristiken, hier sind wir sozusagen im elliptischen Fall und daraufhin hat man komplexe Charakteristiken. Also er versucht, das hier zu schreiben als Lambda d Alpha d Beta und das als Groß Lambda Groß D Alpha Groß D Beta und nun wenn man das anschaut und das in diesen Ausdruck hier in Linearfaktoren zu spalten hat, dann sieht man, dass man darauf, dass man das schreiben kann als eine gewöhnliche Differenzialgleichung, das sind die Charakteristiken auf dieser Fläche und die charakteristischen Linien, wie man das behandelt, das wusste man seit Gaspar Mange und diese im einfachsten Fall, wenn das Ganze reell analytisch ist, wovon Gauss nie ein Wort verliert, aber die allgemeine Interpretation ist, zur damaligen Zeit galten alle Funktionen als stetig und stetig war nicht stetig in unserem Sinne, sondern stetig hieß reell analytisch oder durch analytische Ausdrücke gegeben, so wie bei Euler. in der Regel das der Fall war. Also man kann eben das annehmen, dass er reell analytische Ausdrücke im Sinn hatte und dann schreibt er die Integration der auftretenden partiellen Differenzialgleichung übergeführt in gewöhnliche Differenzialgleichung macht offenbar keine Schwierigkeit. Weiter verliert er kein Wort. Was also dabei geschieht, ist also, dass man diese gewöhnlichen Differenzialgleichung für die Charakteristiken hinschreibt. Die charakteristischen Linien sind dann die Linien Alpha-Gleich-Konstanz und Beta-Gleich-Konstanz auf der Fläche und in der Tat, wenn man die Ergebnisse von Cauchy benutzt, dass nämlich Anfangswertaufgaben für gewöhnliche Differenzialgleichung mit reell analytischen Koeffizienten und reell analytischen Anfangsdaten lokal lösbar sind, bekommt man in der Tat eine lokale Lösung und das ist wohl das allgemeine Verständnis, dass dieses es ist, was Gauss gemeint hat bei dieser Sache. Nun, nachdem er diese Lösung hergestellt hat, also was man sieht hier ist, dass D-Alpha gleich D-P plus I-D-Q ist und D-Beta ist das dasselbe mit Minuszeichen hier, wenn man die beiden multipliziert, kommt D-P-Quadrat plus D-Q-Quadrat heraus und ja, sagt er, wenn ich nun das hier gelöst habe, nun schreibe ich diese beiden Ausdrücke hier hin, dann kriege hier D-P plus I-D-Q mal D-P minus I-D-Q und mal hier kommt Groß Lambda und im Nenner kommt Klein Lambda und hier kommt D-P plus I-D-Q und hier kommt D-P minus I I-D-Q und das ist konstant und dann sagt Gauss, naja, dann ist offensichtlich, wenn das da steht, dann muss diese Linearform ein Teiler hiervon sein oder sie muss ein Teiler hiervon sein und umgekehrt oder man kann die Sache vertauschen. Wenn dem so ist, ist also das ausgedrückt durch dieses und das durch dieses und wenn man sich das hinschreibt, dann steht schließlich da D-P plus I-D-Q zum Beispiel durch Klein D-P plus I-D-Q das ist eine Funktion von I plus Q schließt Gauss. Das heißt also, hier habe ich das mit einer komplex differenzierbaren Funktion zu tun und damit ist die Sache auf etwas zurückgeführt, was wir heute Holomorphenfunktion nennen würden. Falls die Dividierbarkeit in eine andere Richtung wäre, dann wäre es eben antikonforme Funktionen, dann müsste ich hier gerade noch konjugiert komplex darüber schreiben. Das ist Gaussens Argument und dann mehr sagt er nicht dazu und wende das Ganze noch auf drei Beispiele ein an und das erste Beispiel, worauf er es anwendet, sind zwei ebene Flächen und was dann herauskommt, was er hinschreibt, sind zwei Ausdrücke über Differenzialformen ersten Grades und die besagen gerade die Kochi-Riemannschen Differenzialgleichung. Und das ist der Punkt, von dem Riemann ausgegangen ist in seiner Doktorarbeit. Wenn wir gerade mal die zweite Abbildung betrachten, da sehen Sie den Nachdruck aus dem Jahre 1867 von Riemanns Dissertation aus dem Jahre 1851 und ziemlich weit vorn zitiert er Gaussens Preisschrift und wenn wir die nächste Abbildung sehen, ich glaube, da ist was verschwunden. Ne, ist noch gut. Die Fußnote können Sie nicht lesen, aber da zitiert Riemann-Gaus über diesen Gegenstand sehe man allgemeine Lösung der Aufgabe, die Teile einer gegebenen Fläche so abzubilden und so weiter und so fort, nämlich die gaussische Preisschrift. Im oberen Teil formuliert Riemann seinen berühmten Riemannschen Abbildungssatz, den wir alle sozusagen als einen der Höhepunkte der Funktion Theorie 1 kennenlernen, nämlich, dass man ein einfach zusammenhängendes ebenes Flächenstück, dessen Rand nicht zu klein ist, also wenigstens zwei Punkte, dass man das konform abbilden kann auf den Einheitskreis. und er gibt einen Beweis dafür, aber es ist ja wohl bekannt, dass der Beweis den Riemann gegeben hat, der sich auf das sogenannte direktliche Prinzip bezog, dass dieser Beweis von Weierstraß als fehlerhaft entlarvt wurde. Erst in dem Spezialfall, den Riemann betrachtet hat, in diesem Spezialfall hat Hilbert ihn später wieder ins Recht eingesetzt, aber das wusste man nicht. Damals war eben einfach die Schlamperei, die auch Gauss und eigentlich alle berühmten Mathematiker in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gemacht haben, dass sie die untere Grenze verwechselt haben mit dem Infimum oder die obere Grenze mit dem Maximum. Mit anderen Worten, eine untere Grenze muss nicht angenommen werden. Und so hing längere Zeit die ganze Riemannsche Theorie in der Luft, bis Hermann Amandus Schwarz den ersten Beweis gab, jedenfalls für den Fall, dass der Rand aus endlich vielen regulären Kurvenstückchen zusammengesetzt ist, die sich nicht unter Spitzen treffen, also unter einem positiven Winkel. Das ist das berühmte Ergebnis von Schwarz und wenn wir jetzt zur letzten Abbildung kommen, Schwarz hat einmal einen Beweis mit seinem berühmten alternierenden Verfahren gegeben und aus diesen ganzen Dingen ist dann die Funktionalanalyse eigentlich entstanden, kombinatorische Methoden, Integralgleichungstheorie und so weiter. Andererseits hat er einen Beweis gegeben, der in den Publikationen der damaligen Polytechnischen Hochschule in Zürich, also der heutigen ETH Zürich publiziert worden ist, 1870 und das ist der Beweis, da findet sich ein Element, was heute immerzu in der Funktion Theorie gelehrt wird, nämlich das schwarzische Lämmer und Cara Theodori hat erkannt, welch schlagkräftiges Hilfsmittel das schwarzische Lämmer ist und er schreibt dann in seiner Arbeiten, in einer seiner Arbeiten, schwarz habe die Sache entscheidend vorangebracht, weil er nämlich nicht mehr, wie Riemann gesagt hat, man bildet das Innere des Flächenstücks auf das Innere der Kreisscheibe und den Rand auf den Rand ab, sondern man kümmert sich überhaupt nicht um den Rand. Das ist zunächst erst mal irrelevant, man bildet das Innere konform auf das Innere ab. Und dann stellt sich die Frage, kann man diese konforme Abbildung, wenn man sie denn erhalten hat, kann man sie vielleicht zu einem Homöomorphismus auf den Rand erweitern? das hat Ostgut in seinem Enzyklopädie Artikel vermutet und Cara Theodori war wohl der Erste, der den Beweis geführt hat und von da aus ging dann die Erweiterung auf die Theorie der Primenden, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen und daraus kam die ganze große Richtung der Funktion Theorie. Bevor ich hier fortsetze, lassen Sie mich aber zum Gausschen Satz zurückkehren. Die Voraussetzung unter der Gauss diese lokale Normalform in konformer Gestalt herstellen konnte, diese Voraussetzung war reell analytisch. Sobald man reell analytisch fallen lässt und zu Flächenstücken übergeht, die bloß differenzierbar sind, regulär und differenzierbar, funktioniert die Sache mit der Charakteristik Methode nicht mehr und dann muss man in der Tat auf eine partielle Differenzialgleichung übergehen, nämlich die Laplace-Beldramische Differenzialgleichung, die muss man studieren und dann muss man sie lösen unter möglichst geringen Voraussetzungen an die Koeffizienten und die besten Ergebnisse sind von Lichtenstein 1910 erzielt worden, hat gezeigt, dass man lokal die Normalform herstellen kann, wenn das Flächenstück von der Klasse C2 Alpha ist, zweimal stetig differenzierbar und die zweiten Ableitung Hölder stetig, das heißt also das Linienelement ist C1 Alpha. Das war seine Habilitationsschrift, die er an der Technischen Hochschule in Berlin geschrieben hat unter Anleitung von nicht Anleitung, unter Betreuung von Hermann Amandus Schwarz Lichtenstein hat im selben Jahre zweimal promoviert oder ist zweimal promoviert worden, einmal zum Doktor der Elektrotechnik und während des ganzen Krieges über hat er als leitender Chefingenieur bei Siemens gearbeitet und gleichzeitig hat er seine großen Nachts, seine großen Enzyklopädie Artikel geschrieben und das ist die Arbeit von 1910 und 1916 hat er das Ganze auf C1 Alpha heruntergedrückt wo man dann hier also C0 Alpha hat dasselbe hat auch ungefähr um dieselbe Zeit Arthur Korn bewiesen einer der Pioniere des Fernsehens ist soweit ich weiß in Amerika hoch anerkannt bei uns wird nie ein Wort über Korn verloren und könnte man auf die Idee kommen hier C1 zu nehmen da wird die Sache falsch gelingt es nicht mehr also das ist das optimale Resultat man kann natürlich mit anderen etwas schwächeren Flächenklassen arbeiten darauf möchte ich jetzt nicht eingehen nun stellt sich als nächstes die Frage wie ist das wenn man ein Flächenstück nicht nur lokal sondern global in dieser schönen Form in der konformen Form darstellen möchte nun dazu waren auch die Hilfsmittel entwickelt und zwar von Poincaré und Paul Köbe um 1905 herum mit dem allgemeinen Uniformisierungssatz dann kann man also einfach diese verschiedenen konformen Darstellungen hernehmen und sie zusammenkleben und zu einem einzigen großen Objekt verschmelzen und und dabei könnte man es belassen aber das Ganze ist ja nun ein sagen wir mal nicht ganz leichtes Hilfsmittel und man könnte sich fragen ob man nicht einen einfachen Zugang hat und dazu muss man oder kann man den Vorschlag den Karel Theodori gemacht hat sich nur um die Abbildung des Inneren zu kümmern Inneres auf Inneres den vergisst man man versucht wieder das ganze abgeschlossene Gebiet auf das Ganze abzubilden oder noch besser man betrachtet die Kreislinie und hier ist die Berandung von Omega und dann versuche man ein plateauisches Problem zu lösen nämlich eine Minimalfläche die einfach zusammenhängt ist auf dieser Kreisscheibe hier definiert ist hier einzuspannen wenn das eine ebene Kurve ist wird das eine ebene Fläche also einfach eine ebene Zeifenhaut im Experiment nun das ist nichts Großartiges aber die Sache ist die man sieht das ja schon oder hofft dass es die Natur gut macht also wenn man das Ganze hier abbildet und dabei das Direkley-Integral das Direkley-Integral zum Minimum macht und dann denkt man das ist ja ungefähr dasselbe wenn man wenn man konforme Parameter hätte wäre es überhaupt dasselbe dass man den Flächeninhalt zum Minimum macht dann denkt man naja die Seifenhaut wird es schon richten sie wird sich hier möglichst gut arrangieren und eben nur hier im Inneren sitzen und dann hätte man eine konforme Abbildung nun müsste man bloß noch sicher sein dass sie wirklich nicht singulär ist dass sie also überall eine jakobische Determinante ungleich Null hat entweder strikt positiv oder strikt negativ und dann kann man hier im Ebenen so mit einem rocherischen Satz von rocherartigen Argument operieren das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern und nun kann man sich die Frage stellen ja wie ist das jetzt wenn ich also wie in dem Satz der hier oben steht hier ein Ebenesgebiet habe dann hier ein anderes Ebenesgebiet hier habe ich die Euclidische Metrik und hier ersetze ich die Euclidische Metrik durch die Riemannsche Metrik ds² die da oben steht und dann verfahre ich wie Jesse Douglas 1930 übrigens ist er für seine Arbeit mit der ersten Fields Fields Medaille geehrt worden neben Alphurs und Douglas haben die ersten Fields Medaillen bekommen und Karre Theodori hat die Preisräten auf die beiden ausgezeichneten gehalten und da kann man sich also die Frage stellen wie ist das wenn ich jetzt also ein platosches Problem löse dass ich hier in eine Riemannsche Mannigfaltigkeit die einfach eben ist spanne ich eine Seifenhaut ein eine Fläche kleinsten Inhalts die auf der Kreisscheibe definiert ist kann ich das lösen und die Aussage ja das funktioniert und zwar wenn ich das direkte Integral von Tau hinschreibe das ist also in der Gausschen Bezeichnung Et plus Etau plus Gtau die U dV das sind die Gausschen Symbole die jetzt von Tau abhängen also quadratische Ausdrücke in den ersten Ableitungen wo die Koeffizienten die G I K sind und dann den Flächeninhalt betrachte A Tau gleich Integral von E G minus F Quadrat von Tau abhängt D U dV das kann ich betrachten wenn ich nun die Aufgabe löse das zu einem Minimum zu machen unter allen Abbildungen die in die ganze zweidimensionale Ebene gehen können also hier durchaus überschießen sollen aber den Rand auf den Rand abbilden dann operiere ich in einer Soboleff Klasse dann haben die Randwerte immer noch eine Spur ich lasse nur solche Abbildungen zu die eine stetige Spur haben und Abbildungsgrad 1 oder minus 1 also einmal ringsrum oder rechtsrum laufen und dann weiß man nach der Verallgemeinerung der Methode von Douglas die Mori 1948 angegeben hat Annals of Mathematics dass es eine solche Lösung gibt und wenn ich jetzt noch weiß dass das Infimum hiervon gleich dem Infimum des Flächeninhaltes ist dann bin ich zu einer Lösung gekommen und dann kann ich nämlich daraus schließen dass die Abbildung von hier nach hier wirklich ein Diffiomorphismus ist und dass das Ganze nicht überschießt woher kommt das nun man schreibt sich dann wenn ich also weiß Infimum hiervon gleich Infimum hiervon dann schreibt man sich die Formel hiervon hin mithilfe des Aria-Satzes also das ist die Verallgemeinerung der Transformationsformel wo man einen Multiplikator hat der ganzzahlig ist und der aussagt wie oft ein Bild im X-Raum auf dem W-Raum also dem UV-Raum angenommen wird und wenn ich also jetzt weiß dass das Infimum hiervon gleich dem Infimum hiervon ist dann kann ich für mein Minimum was ich für das D zum Minimum machen Problem gefunden habe kann ich also das Flächenfunktional hinschreiben nun könnte die Sache so aussehen das Bild Tau von B wenn hier Omega ist das kann überschießen Löcher kann es hier drin nicht geben aus topologischen Gründen weil die Randabbildung schon schön ist und weil ich Stetigkeit bis zum Rand bewiesen habe aber es kann überschießen aber das Überschießen kann nicht passieren weil der Minimierer hiervon eine Minimalfläche ist und von der weiß man Euler'sche Differenzialgleichung analytisch so gut wie es eben verlangt wird bis zum Rande hin man kriegt asymptotische Entwicklungen für die Ableitung und die asymptotischen Entwicklungen sagen dass wenn ich an einem Punkt habe dass die Jakobische verschwindet dann ist ein solcher Punkt immer isoliert und in der Umgebung des Punktes verhält sich die Abbildung so als ob sie zweimal dreimal viermal je nach Ordnung des Verzweigungspunktes überlagert und wenn man sich das hinschreibt dann sieht man dass das nur möglich ist falls das Infimum hiervon gleich dem Infimum hiervon ist wenn die Abbildung hier verzweigungspunkt frei ist also keine Nullstellen der Jakobischen hat und in der Tat ein Homöomorphismus ist sie darf nicht überschießen und damit ist der Satz gelöst ja aber wie finde ich dass das Infimum von D gleich dem Infimum von A ist auf der Klasse der zulässigen Funktionen nun da war bisher bekannt bloß dass das funktioniert wenn man weiß dass es eine konforme Abbildung gibt von B auf Omega mit der Metrik also nichts gewonnen Frage ist kann man das zeigen dass das Infimum von A gleich dem Infimum von D ist ohne diesen schwierigen Satz zu benutzen den man aus der Theorie der quasi konformen Abbildung herauskriegt übrigens der Satz den ich da oben hingeschrieben habe den haben also zum Beispiel Alfors und Bärs in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts bewiesen mit quasi konformen Abbildungen ja wie mache ich das dass ich das zeige dass dieses gleich diesem ist das Glück hat man selten aber hier in dem Fall gelingt es das mit einem Zweizeilenbeweis zu beweisen und zum Abschluss möchte ich Ihnen das gern vorführen und das ist bewiesen in einer Arbeit von einem früheren Schüler von mir Heiko von der Mosel und mir und die Idee ist die folgende man nehme das Flächenfunktional her man nehme das direkte Integral klebe hier den Faktor 1 minus Epsilon davor und hier den Faktor Epsilon und nenne das A von Epsilon und zwar Epsilon streckt positiv kleiner gleich 1 und dann löse man die Aufgabe man mache A Epsilon zum Minimum in der Klasse der Abbildungen die von Gamma berandet werden in der zulässigen Klasse genau wie beim dagläschen beim klatorischen Problem zeigt man es existiert eine Lösung des Minimum Problems beachten Sie das Flächenfunktional ist außerordentlich scheußlich da kann ich nicht mal die Euler'sche Differentialgleichung hinschreiben die erste Variation existiert überhaupt nicht in der Regel aber was gelingt ist weil ich ein positives Epsilon habe und das flächenfunktional invariant ist gegenüber allen Differomorphismen kriege ich heraus sobald hier ein positives Epsilon steht dass die innere Variation verschwindet für alle Vektorfelder auf B die hier am Rande tangenziell sind und aus dieser Eigenschaft folgt das verdankt man Koan diese Einsicht dass die Abbildung Tau Epsilon im verallgemeinerten Sinne konform sind also dass E Tau Epsilon gleich G Tau Epsilon ist und F Tau Epsilon gleich Null und nachdem ich dieses habe dann weiß ich A Epsilon Tau Epsilon das ist also das Infimum wird erreicht von A Epsilon in Tau Epsilon und wegen dieser Konformität im Allgemeinen weiß ich nur E ist kleiner gleich D aber Gleichheit habe ich dann und nur dann wenn diese Bedingungen gelten daraus folgt das ist gleich A Epsilon Tau Epsilon gleich D Entschuldigung A Tau Epsilon gleich D Tau Epsilon so nun kommt da zwei Zeilen Schluss nachdem ich das habe nehme ich das Infimum des Directly Integrals bezeichne das mit D Gamma und weil Tau Epsilon der Minimierer von A Epsilon zulässiges Element ist habe ich hier also größer gleich und das ist gleich A Epsilon Tau Epsilon und wegen dieser Eigenschaft hier und jetzt nehme ich eine Beliebige also eine Vergleichsabbildung aus C Gamma weil das der Minimierer ist von A Epsilon steht hier A Epsilon Tau Tau Schlange und aufgrund dieser Eigenschaft und der Definition von A Epsilon folgt aber das ist kleiner gleich im Directly Integral von Tau Epsilon und das gilt für alle möglichen Tau Epsilon also kann ich hier auch kleiner gleich D Gamma hinschreiben da steht links und rechts dasselbe also ist das gleich diesem also habe ich hier das ist gleich D Gamma das heißt diese Zahlen die hier stehen sind unabhängig von Epsilon zwischen 0 und 1 und treibe ich das Spiel schon ein zweites Mal jetzt nehme ich das Enfimum des Flächen Funktionals und das Enfimum des Flächen Funktionals ist kleiner gleich dem Flächeninhalt auf Tau Epsilon weil das eine zulässige Abbildung ist und das ist gleich A Epsilon Tau Epsilon wie hier oben steht aber das Ganze ist unabhängig von Epsilon also kann ich hier auch ein anderes Epsilon nehmen sagen wir Epsilon Strich und hier Tau Epsilon Strich Epsilon Strich größer 0 kleiner gleich 1 dann habe ich dann habe ich diesen Ausdruck und wenn ich jetzt wieder ein beliebiges Element hier rausnehme steht A Epsilon Strich Tau Schlange und nun ist das richtig für alle Epsilon Strich jetzt lasse ich Epsilon Strich von oben her gegen 0 Streben und dann strebt dieser Ausdruck hier gegen den Flächeninhalt von A an der Stelle Tau Schlange und das ist wahr für alle Vergleichsflächen also kann ich das Ganze hier durch das Infimum ersetzen also steht Herchterhand A Gamma es steht aber auch linke Hand also ist es gleich also habe ich gefunden es ist gleich diesem das Infimum von A ist gleich dem Infimum von dem Dirigle Integral und geliefert wird mir das was ich wünsche für jedes Tau Epsilon wie immer ich Epsilon größer 0 kleiner gleich 1 wähle das ist die Lösung damit ist diese Aufgabe hier beendet und der Satz ist im Allgemeinen bewiesen nun kann ich bloß noch dazu sagen wenn man ein einfach zusammenhängendes durch ein mehrfach zusammenhängendes Gebiet ersetzt dann ist der Satz genauso richtig bloß dann wird der Beweis schwieriger weil man dann den konformen Typ nicht mehr vorschreiben kann alle beschränkten einfach zusammenhängenden Mengen sind konform äquivalent zur Kreisscheibe wenn man zu zwei und mehrfach zusammenhängenden Gebieten geht da muss man auch gleichzeitig noch über den konformen Typ minimisieren und das läuft darauf hinaus dass man hier ein Douglas Problem lösen muss also eine Minimalfläche im Riemannschen Raum in K verschiedene Kurven einzuspannen und natürlich kann man noch Topologie dazugeben und höheren Zusammenhang machen oder man kann die die Sache nicht orientierbar machen von orientierbarer oder nicht orientierbarer Fläche das funktioniert denke ich alles und Sie sehen Gauss hat doch den Nagel auf den Kopf getroffen und ist hat im Grunde ein großes Resultat im Auge gehabt und nach fast 200 Jahren kann man es auch ganz bequem beweisen danke für Ihre Aufmerksamkeit Applaus 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 Musik Applaus Vielen Dank.